Traurige Nachrichten aus dem Schweriner Zoo. Löwe Heinrich musste am Donnerstag eingeschläfert werden. Der Löwenkater, der 1998 in den Schweriner Zoo kam, wurde 17 Jahre alt. Heinrich litt an einer schweren Krankheit, die vor allem an der schwarzen Verfärbung seines Gesichtes sichtbar war. Darüber hinaus litt der Löwe unter Schmerzen, die nicht dauerhaft mit Schmerzmitteln behandelt werden konnten. Da eine Besserung des Zustandes nicht abzusehen war, entschied sich die Ethikkommission des Schweriner Zoos, Heinrich von seinen Schmerzen zu erlösen.